Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Weber will dafür als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, EVP, bei der Europawahl im Mai kommenden Jahres antreten. Er muss allerdings noch mit Gegenkandidaten aus den eigenen Reihen rechnen. Weber ist Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament. Offiziell beginnt die Bewerbungsfrist erst am Donnerstag. Kühren will die EVP ihren Spitzenkandidaten Anfang November in Helsinki. Die EVP ist derzeit stärkste Kraft im Europaparlament. Auch mehrere andere Parteigruppen wollen einen Spitzenkandidaten aufstellen. Vorgeschlagen wird der Kommissionspräsident von den Staats- und Regierungschefs. Die Wahl erfolgt durch das Europaparlament.